Liebe Gemeinde, viel Freude beim Singen des Chorals EG 623, Die Erde ist des Herrn, Strophe 1 bis 3. Die erste Strophe erinnert uns daran, dass der Planet, auf dem wir leben, nicht uns gehört, dass wir uns dort nur in einer Art Durchgangsstation befinden. Die Zeit, die uns dort verbleibt, ist sehr begrenzt. Die zweite Strophe ermuntert uns, unsere Kraft zu verwenden, denn wer Neues Gutes erschafft, schafft Hoffnung, vielleicht auch darauf, unseren Planeten noch zu retten. Die dritte Strophe ermutigt uns, auf den anderen in friedlicher Mission zuzugehen, denn niemand ist auf Dauer ganz alleine glücklich oder zufrieden. Ein gewisser Grad an wir gehört zum Leben dazu, wenn es gemeistert werden will, so meine persönliche Einschätzung. Nun überlasse ich euch und sie aber der ihrigen Beziehung, beziehungsweise der eurigen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020